Erfolg kommt nicht von ungefähr, sie brauchen die richtige Umgebung, sie brauchen die richtigen Leute und um die geht es heute und los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast. Dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und heute ist der letzte Podcast vorm Stars Meeting in Dresden. 11. bis 13. Oktober 2024 in Dresden. Thema, wie baut man eine Firmenstrategie. Und in der Vorbereitung dazu, in den letzten paar Episoden geht es eher um ihre eigenen Ziele. Weil auch das werden wir in Dresden machen, aber das ist erstmal nicht der Punkt. Heute gibt es nochmal so eine Kurzinspiration, mit was für Leuten, mit was für Rollen sie sich umgeben wollen, wenn sie Großes erreichen wollen. Habe ich im Webinar, bringe ich die öfter mal an, wenn es denn so passt, weil das ist so richtig schmissig. Sie wollen sich mit vier Menschentypen umgeben, wenn sie Großes erreichen wollen. So, warum ist das so wichtig? Naja, stellen Sie sich so ein Klassikerbeispiel vor. Sie sind der Meinung, Ihre Ernährung ist nicht so, wie sie das soll. Und Sie wollen die Ernährung umstellen. Und alle, die bei Ihnen zu Hause mit rumwohnen, haben da überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja, dann wird das alles einschlafen. Wer in einem Raucherhaushalt wohnt, wird mit dem Rauchen nicht aufhören. Das braucht so viel Anstrengung, dass es beim ersten Schwächeanfall vorbei ist. Und so weiter und so fort. Die Beispiele sind Legion. Deswegen brauchen Sie vier Arten von Leuten um Sie herum. Wer das nicht hat, kann auch erfolgreich sein. Das ist nur deutlich schwieriger. Na, wir fangen mal an. Wir fangen mal an. Ich gebe Ihnen die vier Leute oder die vier Arten von Leuten mal. Dann können Sie selber entscheiden, ob Sie tatsächlich ohne die erfolgreich sein können. Der Satz, mittlerweile würde ich den ein bisschen zurückziehen. Der war ein bisschen schnell geschossen. Wir fangen mal an. Also das Erste. Sie wollen irgendwas erreichen. Sie wollen irgendwas erreichen. In der letzten Episode hatte ich schon gesagt, holen Sie sich jemanden, der weiß, wie es geht. Wir sind nicht lange genug hier auf diesem Planeten, um alles selber rauszuforsten. Holen Sie sich einen Coach. Holen Sie sich jemanden ran, der weiß, wie es geht. Holen Sie sich jemanden ran, der den Weg schon gegangen ist. Holen Sie sich jemanden ran, der das Zeug kann. Niemand kommt auf die Idee, sich selber Karate auszudenken. Völlig undenkbar. Im Business-Bereich, da muss ich immer drüber nachdenken. Da lümmeln die Leute dann auf der Spendenzeit, bis sie selber sich ein Projekte-Framework zusammengedichtet haben. Was dann irgendwie kompletter Quatsch ist, weil die Hälfte fehlt. Oder es ist gut und dann hat es richtig viel Zeit verschlungen. Dafür geht man lieber los und holt sich einen Trainer, der einem beschreibt, wie man Zeug macht. In diesem Falle Projekte macht. Es ist im Handwerk völlig undenkbar, dass irgendwie der Azubi mit dem gefährlichen Werkzeug alleine gelassen wird. Es ist andersrum, naja, nicht ganz so undenkbar, aber das ist nicht wirklich das, was man haben will. Dass der Azubi losläuft und sich ein gefährliches Werkzeug greift, weil er glaubt, da kommt er irgendwie selber mit klar. Und das forstet er schon raus. Eine Drehmaschine kriegen sie beherrscht, aber die Zeit, die sie raus haben und die Stelle, die sie vernichtet haben, um das Ding eventuell mal einmal komplett ins Bohrfutter gefahren zu haben, das ist einfach, das ist bar jeglichem, was man da draußen so macht. Außer eben im Führungsberuf. Holen sie sich einen Coach. Holen sie sich jemanden, der das schon mal gemacht hat. Version 1, also Person 1. Person 2. Holen sie sich jemanden ran, der mitmacht. Ein Buddy. Holen sie sich jemanden, der das Gleiche mitmacht. Ist im Sport wieder total eingängig, wo alle sagen, ja, nee, klar, natürlich. Es ist vollkommen klar, dass wir alleine seltener Sport machen, als wenn wir einen Kumpel haben, der Mitsport macht. Weil immer, das wechselt sich dann ab, ne, der eine hat gerade mal keinen Bock, dann stehen sie mit der Lauftasche oder mit der Sporttasche bei dem vorm Haus und sagen Ding Dong, schon hat er keine Chance mehr auf, ich habe keinen Bock. Und umgekehrt halt auch. Es macht einfach, viele Sachen machen mehr Spaß, viele Sachen machen wir einfach häufiger, wenn wir jemanden dabei haben als Buddy, der genau das Gleiche macht wie wir auch. Zentrale Idee von den Programmen, die wir in der Leben führen GmbH anbieten, ist eben, dass wir Leute zusammenbringen, die das gleiche Zeug machen wollen. Weil, wo finden sie denn jemanden als Teamleiter und sie wollen jetzt Abteilungsleiter werden? Wo wollen sie den finden? Ihr Chef ist es schon mal nicht, ihre Kollegen sind es auch nicht. Also entweder haben die Kollegen es drauf, da sind es ihre Konkurrenten, oder die haben es nicht drauf, naja, dann ist es auch egal. So, deswegen bringen wir halt Leute zusammen, das ist eine zentrale Komponente von unserem Programm. Die Nummer 3 ist ein Cheerleader. Ja, und ob das Junge oder Mädchen ist, das schenke ich ihnen, das müssten sie mittlerweile, glaube ich, wenn sie ein bisschen im Leben führen, Podcast dran waren, haben sie meine Meinung dazu. Ein Cheerleader. Jemand, der es geil findet. Ich sage, derjenige, der es geil findet, muss bei ihnen zu Hause wohnen. Oder andersrum. Der kann auch woanders sein, aber der, der zu Hause bei ihnen wohnt, muss ihr Cheerleader sein. Sonst wird es nichts. Wenn sie sagen, ich habe eine Veränderung vor, ich will vom Angestellten da sein in die Selbstständigkeit und zu Hause gibt es nur Flack, dann wird das nichts werden. Sie sitzen in einem Raucherhaushalt und sie wollen aufhören zu rauchen. Naja, zu Hause wird Zucker und Kohlenhydrate gegessen und sie sagen, nee, ich habe das verstanden, ich will das alles wegtun. Ja, und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Das fängt bei der Schlafdauer an. Wer sagt, ich fange morgens um sechs an, ich brauche acht Stunden Schlaf und kommt drauf, dass um 22 Uhr schlafen muss, geht also um 21.30 Uhr ins Bett. Und vom Sofa kommt so ein süffisanter Blick. Merken Sie es? Genau. Zu Hause muss ihr Cheerleader sein. So rum oder so rum, es geht nicht anders. So, und der vierte ist der Mentor. Der Mentor, mit dem sprechen sie das Thema mal so ein bisschen strategisch an. Der Coach sagt ihnen, wie es geht. Der Coach sagt ihnen, hier, pass auf, wenn du, weiß nicht, Liegestütz machen willst, dann die Hände dahin, den Daumen dahin, die Ellenbogen da lang und die Schulter dahin. Und mit dem Mentor besprechen sie mit einer größeren Distanz das ganze Ziel und den Weg dahin. Der Mentor kommt vielleicht irgendwann auf den Trichter und sagt, hör mal, kann das sein, dass Liegestütz überhaupt nicht dein Thema ist? Versuch's doch mal mit. Und jetzt, keine Ahnung, fügen sie hier, ich denke mir das Beispiel jetzt gerade live aus, mach doch Squats mit deinen Beinen, mach's doch viel mehr Sinn. Oder andersrum, weil mit deinen spilligen Armen machst du vielleicht besser lieber Liegestütz. Squat kannst jetzt einen Augenblick parken, weil du fängst an unsymmetrisch auszusehen. So, ein Mentor ist jemand, der das Thema kennt, der mit ihnen, der so um dessen Orbit sie so rumschweben. Genau. Das sind die vier Leute, die sie zusammen haben müssen, ansonsten wird das mit persönlichem Fortschritt echt schwer. Sie brauchen einen Coach, der ihnen sagt, wie es geht. Sie brauchen einen Buddy, der mitmacht. Sie brauchen einen Chili, der das geil findet. Und sie brauchen einen Mentor, mit dem sie hin und wieder mal drüber reden können, ob sie überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind, ob der Weg der richtige ist, ob ihre Umsetzung gut ist, ob, 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 ob. Jemand, mit dem sie strategisch spiegeln können. Genau. Diese vier Rollen bieten wir natürlich für unsere Mitglieder in den diversen Leben führen Programmen an, je nachdem, was es so ist. Wir haben die Buddies dabei, das sind die anderen Mitglieder, die mitmachen wollen. Die, manche Mitglieder sind auch Coaches für andere Mitglieder. Ich biete mich als Mentor an und den Chili, da haben sie zu Hause oder eben auch in den Programmen, wo sie mal ein bisschen angeben können, wenn mal irgendwas richtig Geiles, richtig cool geklappt hat. So, jetzt mache ich mich auf den Weg nach Dresden. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski. Tschüss. 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 Tschüss.